Hallo, wir nehmen heute die festen Zähne von deinen Implantaten runter. Warum wir das tun? Weil wir es können. Nein, weil wir es müssen, weil es nämlich sonst niemand tut. Das ist aber genau das, was die Leute wirklich interessiert. Wie schaut das eigentlich unter diesen Implantaten aus? Ist das sauber? Kann ich das putzen? Wie funktioniert das? Schaut selber! Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir brauchen eure Unterstützung, damit wir dieses Projekt weiterführen können. Bitte liken, bitte weiterleiten, bitte kommentieren und bitte abonnieren. Das wäre super. Dankeschön.